Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Resonant. Wir sind hier stehen geblieben und ich möchte jetzt gerne noch in Stage 2 den normalen Ausgang holen. Darum tue ich das jetzt einfach mal schnell. Oh Gott nein, das UFO wieder. Wenn ich das hole, dann habe ich meine Power-Ups alle weg. Ich glaube nicht alle. Ja, meine Möre kann ich behalten, aber in diesem Moment nicht benutzen. Na gut. So, hole ich mir einen Pilz wieder. UFO wäre ja sowieso gleich vorbei gewesen. Da hole ich mir ein neues UFO. Gott! Beschiss! Ja, ich hätte eigentlich vor auf das Ding zu springen. Dann das UFO und dann, naja genau, wenn man UFO hat, ist es auch so, als wäre man ein kleineres. Nur ein Treffer und dann ist es weg vom Fenster. Da sollte man da etwas aufpassen. Na Leute, ihr versteht mich, nicht wahr? Ja. Wir verstehen uns. Däm, 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 däm. Oh mein Gott. Irgendwie ist das cool. Ja, das war saukool. Oh Gott, ich lasse den keinen blöden Ausgang gleich. Das ist nichts für mich, das mit dem UFO rumfliegen. Das ist irgendwie dumm. Sehr dumm. Däm, 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 däm. Oh Gott. Ich stelle mich grad wie der letzte Idiot an. Gott, was tue ich da? Das ist echt nicht lustig, Leute. Überhaupt nicht. Oh mein Gott. Lalalalalala. So, jetzt mach das mal richtig. Jetzt mach ich ja kein 17 mehr. Jetzt mach ich etwas Level, Stage, wie auch immer. Kann man nennen, wie man will. Ich mach das jetzt einfach. Dann ist es gut. Dann reicht's. Däm, däm, däm. Ja, Welt 6 war so einfach. Jetzt wird Welt 7 wieder richtig gemein. Das war ein fairer Tausch. Vorausgleich, ja. Vorausgleich, genau. Däm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht hier hin. Okay. Da wäre der einmal weg gewesen. Hier wäre der normale Ausgang. Oh nein, ist hier Wasser. So. Wie machen wir das? Wir springen einmal da drauf und dann landen wir da. Gut. Oh Gott. Was kommt jetzt noch? Okay. Ja. 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 Ui. Augen schafft. Okay. Verdammt, ich hab keinen Power-up. Ähm. Jetzt könnte ich das Schiff machen, aber ich möchte gerne die beiden normalen Aushänge in diesen beiden Stages, die da vor mir sind. Und ich würde sagen, ich pausier kurz und sammle ein paar Leben. Da bin ich also gleich wieder da. Also, bis gleich. So Leute, ich bin wieder da. Ihr seht, wow, 60 Leben. Ähm. Ja. Aber, und größte hab ich beim ersten Versuch bekommen. Also, ihr wisst ja, dass ein Level in Welt 4, wo man den Powerpilz durchnehmen kann und dann die ganzen Gegner einfach umrennen. Ähm. Das hab ich gemacht. Und da hab ich beim ersten Mal hab ich von 6 Leben auf 29 gekommen. Also, da hab ich 23 Leben bekommen. Und die anderen Male hab ich so ein paar Mal. Ich glaub, ich bin insgesamt 8 Mal reingegangen und bin auch ein paar Mal gestorben. Aber, das macht ja nix. Ähm. Ich hab ja nur ein Leben verloren und hab, wer weiß, wie viele bekommen. Und ich war ja noch in den Laden in Welt 4 und hab mich, hab mir hier das hier zweimal gekauft. Und jetzt wollen wir das hier nochmal versuchen. Ich hoffe, das klappt. Dem, 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 dem. Das war nicht gut. Das war auch nicht. Ruhig. Jetzt ruhig bleiben. Genau beobachten. Mann, ich werd zu unruhig. Ah. Natürlich klappt's nicht. Egal. Jetzt mach ich so eine Powerpilz. Ich bleib jetzt einfach ruhig. Einfach ganz ruhig bleiben. Ganz nah beobachten, wo sie hinfallen. Und dann. Und dann sollte das. Die stört gewaltig. Gott. Gott. Was ist das für ein Schwan, der da kommt? Eine Meute. Eine Meute, ja. Wo bin ich jetzt grad wieder? Egal. Ich muss anscheinend da lang. Da, 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 da. Komm schon. Gott, sogar hier wird's schwierig noch. Nein, kein Power-Up. Ich renn durch und ich hab's geschafft. Ach, beim zweiten Versuch. Und ich hab erst ohne Power-Up am Anfang. Da klappt's auch einmal. Ah, okay. Gut. Machen wir das hier noch. Hm, was war das denn nochmal? Mal wieder tödliche Eimer. Oh Gott. Die tödlichen Eimer sind zurück. Ach, ne. Wie toll. Hi. Hi. Dem, 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 dem. Ja, komm mal runter. Shit, das wird jetzt unschön. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja. Unser Power-Up ist das sehr unschön. Ah, da, da, da. Ich kaufe dafür mal eine Möhre. Das sollte jetzt die Sache leichter machen. Ja, auf jeden Fall. Dem, 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 dem. Hm, 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 hm. So, komm, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ähm, mal kurz nach unten. Ach, ist ja nicht mal ein roter Stern dabei. Dann war das unnötig. Und die Zeit führt durch der Eimer. So, hier ist es zwar viel besser. Dann müssen wir hier ein Stück weit halten. Dann so. Na ja, so ist es viel besser. Ähm. Hm, ja, nehm ich mit. Kann nicht schaden, würde ich sagen. Na, 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 na. Oh. Okay. Ich glaub, das mach ich lieber mit der Möhre. Oh, ich dachte jetzt schon. Die blöden Viecher. Am Rennen. Woll ich das so machen? Und jetzt? Fragezeichen, was soll ich tun? Oh Gott. Ähm. Das ist dumm gelaufen, Leute. Echt mal, was soll ich da machen? Das verstehe ich jetzt grad echt nicht ganz. Nicht so wirklich. Komm, das eigene, die eigene Stage muss ich noch in der Beschaffung. Dann bin ich fertig. Fürs Erste. Dann bin ich ja die Aufnahme. Das reicht an mir erst mal. Das war zu viel des Guten. Mal los. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich werde die Möhre wechseln und dann einfach mal. ich werde einfach sagen ich renne einfach durch so die einfachste lösung ich habe ja noch ein power up von daher ist das nicht so schlimm power up zu verlieren ist auf jeden fall was leben zu verlieren so versteht schon mal fest kam mir genau so da hoch jetzt nicht aufpassen ich glaube nämlich ja sowas habe ich geahnt oh gott und nein da muss ich mich beeilen das ist auch noch so eine art levy rindt wo es ja ist ja nicht richtig ein neuer schalter täglich kommen oh gott war das knapp ich hab's geschafft oh mein gott oh mein fucking gott man das war crazy total crazy war das mann aber okay das sollte reichen ich beende diesen part oder diese aufnahme das reicht so fünf parts hintereinander das sollte reichen ich hoffe ihr hattet spaß und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bei new supermaris also schau und bis dahin